Erling Haaland nimmt momentan die komplette Premier League auseinander. Wie werden seine nächsten sieben Jahre aussehen? Denn er ist eines der größten Talente überhaupt. Das werden wir heute herausfinden in dieser Karriere-Simulation. Natürlich startet er seine Karriere bei seinem aktuellen Klub Manchester City. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Weltklasse-Team von City. Im ersten Jahr gehörte Erling Haaland dann auch schon zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or neben Benzema, Messi und Mbappé. Und bevor diese Karriere-Simulation überhaupt schon angefangen hat, hat Erling Haaland seinen ersten Ballon d'Or-Titel geholt. Ich bin echt gespannt, was die nächsten Jahre so sein wird. Und selbstverständlich ist Erling Haaland auch im Team des Jahres vorhanden mit seinen ganz vielen Manchester City-Kollegen und ein paar Real Madrid-Spielern und Mbappé. Erling Haaland konnte in seinem ersten Jahr mit Manchester City direkt die Premier League holen. Elf Punkte Vorsprung vor Liverpool, also es war noch nicht mal knapp. Im FA Cup sah es lange auch gut aus. Dort ist man dann aber in Runde 6 kurz vor dem Halbfinale an Liverpool gescheitert, die auch im Endeffekt den FA Cup gewinnen konnten. Auch in der Champions League sah es nicht gut aus. Dort ist man nämlich schon im Achtelfinale rausgeflogen. Diesmal gegen Borussia Dortmund ganz knapp. Und am Ende konnte er in Madrid mit 1-0 Bayern im Finale besiegen und sich den nächsten Champions-League-Titel holen. Erling Haaland konnte in dieser Saison dafür individuell absolut überzeugen. 30 Tore und 5 Torverlagen sind ihm gelungen. Und er ist hoch auf eine 92. An dieser Stelle lasst gerne ein Abo da, damit ihr weitere Spielerkarrieren nicht mehr verpasst und auch mitbestimmen könnt, wen wir als nächstes machen werden. Und es geht in die zweite Saison für Elling Haaland. Natürlich bleibt er weiterhin bei Manchester City, wie zu erwarten ist. Im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Manchester City, an dem sich aber auch nichts verändert hat. Und auch im zweiten Jahr gehörte Elling Haaland wieder zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or. Diesmal neben Mohamed Salah, Phil Foden und Kylian Mbappé. Zweite Saison, zweiter Ballon d'Or-Titel. Ich glaube, da muss man nichts mehr zu sagen. Elling Haaland hat es schon wieder gemacht. Also ich bin echt gespannt, ob er das so durchziehen kann über die ganze Karriere-Simulation. Im Hintergrund sehen wir dann natürlich nochmal wieder das Team des Jahres. Wieder mit sehr vielen Manchester City-Spielern. Und natürlich Haaland und Kylian Mbappé vorne drin. Und auch in der zweiten Saison konnte Elling Haaland zusammen mit Manchester City wieder die Meisterschaft holen. Diesmal sieben Punkte Vorsprung vor den Spurs. Also auch eigentlich relativ eindeutig wieder. Im FL Cup ist man leider schon früh ärgerlich rausgeflogen. In Runde 3 gegen Blackburn mit 2-0. Und am Ende konnte Leicester City den FA Cup gewinnen gegen die Wolves. In der Champions League war man auch nicht wirklich erfolgreicher als im letzten Jahr. Und zwar war dort schon im vierten Finale Schluss. Diesmal gegen Juventus Turin ganz knapp. Die dann am Ende im Finale gegen Tottenham sogar verloren haben. Und damit hat Tottenham auch mal einen Titel gewonnen. Und auch in der zweiten Saison konnte Elling Haaland wieder absolut überzeugen. Diesmal 9-0 und 30 Tore. Wettbewerbsübergreifend vier Torvorlagen. Und er ist hoch auf eine 95-0. Und für die dritte Saison geht es weiter für Elling Haaland bei Real Madrid. Sie haben ein sehr starkes Interesse an ihm gehabt. Was verständlicherweise an seinen individuellen Leistungen lag. Und auch Elling Haaland hat sich bereit erklärt für einen Wechsel. Da er in der Champions League auch erfolgreich sein will. Und hier im Hintergrund sehen wir dann nochmal das wirklich krasse Team von Real Madrid. Was definitiv mithalten kann mit dem von Manchester City. Und auch in der dritten Saison gehörte Elling Haaland ein weiteres Mal zu den Favoriten auf den Ballon d'Or. Neben Kylian Mbappé, Phil Foden und Vinicius Junior. Diesmal musste sich Elling Haaland aber seinem Ex-Team-Kollegen Phil Foden geschlagen geben. Im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres. Natürlich diesmal wieder mit Elling Haaland und natürlich auch vielen Manchester City-Spielern. Und in seiner ersten Saison bei Real Madrid konnte er direkt den Liga-Titel gewinnen. Nur zwei Niederlagen, über 100 Tore und mit einem 12-Punkte-Vorsprung vor Barcelona konnte Real Madrid den Liga-Titel für sich entscheiden. Und auch im Pokal war man erfolgreich. Dort konnte man im Finale das Klassikum gegen Barcelona mit 3 zu 2 gewinnen. Und Elling Haaland hat direkt das nationale Double in seiner ersten Saison bei Real Madrid geholt. In der Champions League sah es lange auch sehr, sehr, sehr gut aus für Real Madrid. Dort ist man dann leider aber im Halbfinale ärgerlicherweise kurz vorm Schluss gegen Paris Saint-Germain rausgeflogen. Und am Ende konnte Paris dann auch gegen Inter Mailand das Finale gewinnen und damit den Champions-League-Titel sich sichern. Elling Haaland hat diesmal auch wieder absolut abgeliefert. Anders kann man es nicht nennen. 40 Tore, 8 Torvorlagen gehen auf sein Konto in der ersten Saison bei Real Madrid. Und er ist hoch auf eine 96. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne jetzt ein Abo da und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welchen Spieler wir unbedingt mal machen sollen. Und nach der starken Saison von Real Madrid sowie von Elling Haaland bleibt natürlich auch ein weiteres Jahr und damit auch in der vierten Saison bei Real Madrid. Im Hintergrund sehen wir nochmal das kranke Team von Real Madrid. Alle haben sich ein Stück weiter entwickelt, würde ich mal sagen. Und Elling Haaland natürlich mit einer 96 vorne drin. Und wie auch nicht anders zu erwarten ist, Elling Haaland natürlich wieder unter den Favoriten auf dem Ballon d'Or. Auch im vierten Jahr neben Vinicius Junior, Rodrigo und Kedian Mbappé. Und im vierten Jahr konnte Elling Haaland auch endlich den Ballon d'Or wieder gewinnen, nachdem er ein Jahr Pause hatte, sein dritter Ballon d'Or. Und selbstverständlich gehörte Elling Haaland dann auch zum Team des Jahres, neben sehr vielen Real Madrid-Spielern, aber natürlich auch Paris-Spielern. Und diesmal ist Mbappé nicht dabei, sondern sein Teamkollege Vinicius Junior im Sturm. Für den Ligatitel hat es diese Saison nicht gereicht für Real Madrid und für Elling Haaland. Denn sie sind am Ende auf dem zweiten Platz gelandet, zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen Atletico Madrid. Dafür war Real Madrid wieder im spanischen Pokal erfolgreich. Dort konnte man im Finale 2-1 gegen Villarreal gewinnen und damit sich die Copa de España sichern. In der Champions League war leider Frühschluss. Diesmal im achten Finale gegen Rom ist man knapp ausgeschieden. Die am Ende dann sogar auch noch die Champions League gegen Liverpool im Finale gewinnen konnten. Also etwas ein Überraschungszieger. Elling Haaland konnte diese Saison auch ebenfalls wieder komplett aufdrehen. 34 Tore, 7 Torverlagen und er ist hoch auf eine 97. Es geht in die fünfte Saison und Elling Haaland bleibt ein weiteres Jahr bei Real Madrid. Diesmal wird es aber wirklich Zeit, mal die Champions League zu gewinnen. Im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Real Madrid, an dem sich aber auch nichts geändert hat, außer dass die Spieler ein Ticken besser wurden. Und selbstverständlich, wie auch anders, auch im fünften Jahr gehört Elling Haaland wieder zu den Top-Favoriten auf dem Ballon d'Or. Neben Joao Felix, Kai Havertz und Kylian Mbappé. Und auch in dieser Saison gewinnt Elling Haaland den Ballon d'Or-Titel, damit der vierte Ballon d'Or-Titel im fünften Jahr. Im Hintergrund sehen wir dann natürlich noch das Team des Jahres, Elling Haaland und Kylian Mbappé wieder vorne drin. Aber diesmal auch ein paar andere Spieler aus anderen Vereinen, wie zum Beispiel von AC Milan, Paris Saint-Germain und Chelsea. Und auch in dieser Saison ist Real Madrid leider am Ende nur auf dem zweiten Platz gelandet. Diesmal 10 Punkte Rückstand auf Barcelona, also auch nicht wirklich knapp. Dafür hat Real Madrid ein weiteres Mal bewiesen, dass sie eine absolute Pokalmannschaft sind. Und zwar konnten sie wieder die Copa de España gewinnen, diesmal im Finale gegen Getafe mit 1 zu 0. In der Champions League sah es sehr lange gut aus, aber dann ist man im Halbfinale gegen Chelsea rausgeflogen, sogar im Elfmeterschießen, nachdem man das Hinspiel sogar gewonnen hatte. Und am Ende hat Chelsea dann auch im Elfmeterschießen das Finale gegen Inter Mailand gewonnen. Dafür konnte Elling Haaland wieder individuell absolut überzeugen. 38 Tore, 13 Torverlagen sind ihm gelungen und er ist bereit für die nächste Saison. Und auch wenn es wieder nicht für den Champions-League-Titel gereicht hat, hat Elling Haaland weiteres Vertrauen in Real Madrid und gibt ihm nochmal eine Chance, endlich den großen Titel zu gewinnen. Im Hintergrund sehen wir noch das Team von Real Madrid, an dem sich wieder mal nichts verändert hat, außer dass die Spieler einen Ticken besser wurden. Und selbstverständlich gehört auch Elling Haaland im sechsten Jahr wieder zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or, neben Kylian Mbappé, Phil Fohn und Vinicius Junior. Und wie auch anders zu erwarten, hat Elling Haaland ein weiteres Mal den Ballon d'Or-Titel geholt, damit sein fünfter Ballon d'Or-Titel im sechsten Jahr. Und selbstverständlich gehört er auch zum Team des Jahres, wie Kylian Mbappé vorne seinen Sturmpartner und aber diesmal auch viele andere Spieler aus Barcelona, AC Mailand und Manchester City sowie Real Madrid. In der Liga hieß es für Real Madrid leider diesmal sogar nur dritter Platz, Barcelona war vor Real Madrid und auch der Stadtrivale Atletico Madrid. Und auch im Copa de España ist man leider schon im Viertelfinale ausgeschieden, diesmal gegen Sevilla und am Ende konnte Barcelona diesen Cup gewinnen. Auch wenn es national diese Saison nicht für Real Madrid so gut lief, lief es international umso besser und zwar, ihr könnt es euch schon denken, Real Madrid hat die Champions League gewonnen, im Finale konnte man Bayern München mit 2 zu 1 besiegen. Erling Haaland hat dafür auch alles gegeben und eine wahnsinnige Saison gespielt, 45 Tore sind ihm gelungen, 13 Torvorlagen auch noch oben drauf und er ist auf jeden Fall wieder ein Kandidat für den Ballon d'Or-Titel. Es geht in die letzte Saison dieser Karriere-Simulation für Erling Haaland und er bleibt natürlich auch nach dieser Saison bei Real Madrid. Hier im Hintergrund sehen wir das Team von Real Madrid und es hat sich nichts geändert. Und auch im siebten Jahr gehört Erling Haaland natürlich zu den Favoriten auf den Ballon d'Or, neben Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Rodrigo. Und natürlich gewinnt Erling Haaland auch seinen sechsten Ballon d'Or-Titel in dieser Karriere-Simulation. Innerhalb von sieben Jahren sechsmal den Ballon d'Or-Titel zu holen, das ist schon eine starke Leistung und ich weiß nicht, ob das noch irgendwann mal getoppt wird. Und selbstverständlich gehört Erling Haaland auch zum Team des Jahres wieder, wie sehr viele Real Madrid-Spieler. Und zum Abschluss konnte Real Madrid nochmal mit 97 Punkten die La Liga gewinnen. Im spanischen Pokal hat es Real Madrid auch geschafft, ins Finale zu kommen, dort hat man dann aber gegen Villar Real leider verloren. Und damit ist das Triple leider nicht zustande gekommen, denn Real Madrid hat es wieder geschafft, die Champions League zu gewinnen. Gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid hat man im Finale 3-1 gewonnen. Zum Schluss lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren nicht mehr zu verpassen und schaut euch gerne die vorherigen Spielerkarrieren an.